Also, die beiden schönsten Punkte, und zwar die beiden Punkte meiner schönen Tschechinen Susanka, die bleiben heute Abend auf jeden Fall schön bei mir. Das ist doch wohl klar. Ja, der sind doch alle. Vollidiot, ey. War doch nicht Spaß. Witzig. Lacht mir wieder keiner. So. Noch mal Punkte. Also, null Punkte gehen schon mal an den BKFM Morgenhans. Und ein Punkt aus Baden-Württemberg.